Yo, Kaspar! Was machst du da? Was geht? Guck mal, was ich kann! Au! Hä, wo ist deine Hose hin? Warum trägst du ne kurze Hose? Es ist doch heiß heute, deswegen musste ich mir mal ne kurze Hose anziehen. Also alles gut. Oh mein Gott! Bro, der hat mich runter geschossen auf einmal aus dem Nichts. Ah, mich auch! Okay, wir müssen uns rechnen. Deswegen heute... Ja, was machen wir überhaupt? ...spielen wir, wie wir andere Leute abfeuern. Abfeuern? Mit Wasserpistolen? Oder was ist das? Jaja, mit so Gummipatronen. Das Ding ist, dadurch kriegen wir Geld, und mit dem Geld Kaspar... Da drüben! Da kommt ein Airdrop runter! Guck mal! Den Airdrop? Du musst mich coveren, du musst mich coveren! Hier vorne! Wo ist der, wo ist der? Hier drüben! Warte, ich wurde da runtergehauen! Oh nein! Ist er schon gelandet? Hab ich ihn? Du hast das Lauftempo freigeschalten! Yeah! Ich bin schnell! Als ob! Warte mal, wir können ja im Laden unsere neue Pistolen und so holen. Ah! Wunschrute! Aha! Und hier gibt's doch... Ah! Eine Doppellaufflinte! Ey! Au! Bro, ich hab die ganze Zeit runtergeschossen! Was ist hier? Explosionsgeschosse! Warte mal, hier ist... Verrückte Kraft plus Rückstoß! Ne, es ist eine einweilige Nutzung! Oh mein Gott! Bam! Okay! Du musst jetzt mal hier einen runterfeuern! Also die werden irgendwie abgefeuert und dann rutschen die auch, ne? Bam! Sind so richtig Schleimkanonen! Boom! Warte, ich hab jetzt einen runter! Sack! Na komm schon! Der fällt dich runter! Ja! Ich hab einen! Ja! Nächsten! Komm schon, Kollege! Hey! Oh mein Gott, Digga! Der wird stressig! Ja! Okay! Ja! Nächsten geholt! Zwei Stück schon! Okay, wo bist du? Die holen mich auch hier gerade alle! Ich hab mit so einem Football! So ein Football möchte mich holen! Ah! Ich seh dich da hinten! Okay, warte mal! Jawohl! Ich hab einen geholt! Ich hab eine 2er Serie jetzt gerade! Oh mein Gott, Digga! Hier ist einer, der guckt mich ganz komisch an! Weg mit dem! Nein! Und jetzt stürmen! Boom! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Der hat mich! Nein! Ich bin runtergefallen! Ah! Ich hab noch einen geholt! Ich hab eine 3er Serie jetzt gerade! Drei hintereinander! Sehr gut! Sehr schön! Ah! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Ja! Hast du mich geholt? Nein! Ey! Das! Ich werd mich so jetzt bei der Rechen, Kollege! Gar nix! Was? Du hast gespawnt! Ich bin grad gespawnt, Digga! Was ist das denn? Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ja! Jetzt hab ich dich! Nein! Ja! Was? 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 Geh weg! Oh Gott! Lass mich! Oh Gott! Nein! Ja! 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 Wieso kriegst du mich aber ich nicht? Nein! Nein! Mano! Ich hab dich nicht getroffen, Alter! Was soll ich das denn? Oh mein Gott! Da ist ein Airdrop gelandet! Ein Airdrop ist da gelandet! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich danke, dass du mich geholt hast! Nein! Der holt mich! Bro! Ich bin so schlecht im Ziel! Sag mal! Überlegen, ob ich grad eine Waffe holen soll! Was war eine? BAM! Ja! Den hab ich! Oh Gott! Da ist der Airdrop! Boom! Oh mein Gott! Zwei abgeschossen! Oh ja! Ja! Hab ich den getroffen? Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht! BAM! Lass mich! Du gehst weg! Du gehst weg! Zack! Ja! Den hab ich auch! Beide gleichzeitig! Nein! Jawohl! Das war meiner! Alter! Ich bin hochgeflogen! Feuerwerk! 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 Das Feuerwerk! Oh mein Gott! Boom! BAM! Nein! Der macht einen Airdrop auf! Oh Gott! Warte! BAM! Ja! Und der rutscht runter! Das war's mit ihm! Oh Gott! Ich mach ihn auf! Nein! Ja! Ja! Was hast du? Zwei Gesundheitsboost! Hab ich grad freigeschaltet! Nein! Aber ich glaub die bringen nichts! Ja! Hau ab! Hau ab! Lass mich in Ruhe hier! Oh mein Gott! Da ist einer der will mich holen! Ah! Jiiiihuu! Ja! Der hat sowas von gesessen jetzt gerade! Und! BAM! Oh nein! Das kickst du zurück! Niemals! Das kickst du zurück! Glaub mal! Das kickst du nicht hin! Ja! Digga! Was! Das war nicht ich! Ah! Nein! 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 Was tut! Als wenn du mich schon wieder geholt hast! Ja! Und noch eine 5er Serie! Das kann ich nicht zulassen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann ich nicht zulassen! Oh! Oh! Ey! Ja! Carosa hab ich geholt! Carosa! Ich glaub's nicht! Ich hab ne 5er Serie ne? Ich bin zugelegen! Wir gehen jetzt mal in den Laden! Und ich glaub wir haben ja noch die Möglichkeit! Wir haben ja... Warten wir kriegen irgendwie Geld! Ich hab jetzt gerade fertig! Ich hab grad mal 200 Dollar! Der soll mich in Ruhe lassen hier der Typ! Kann man doch Geld kaufen? Kommt der? Kommt der? Naja... Für Robert? Gute Frage! Bro! Schon wieder Feuerwerk bei mir! Ehrlich? Oh! Und das war's mit dem! Hehehehe! Ja! Bam! Ja! Ich hab ne runtergeschossen! Oh mein Gott! Und direkt den nächsten hinterher! Sehr schön! Zack! Hier vorne... Alter! Was ist? Was hat der für eine? Der hat so ne krasse ne? Die hab ich eben auch schon gesehen! Oh mein Gott! Warte mal ich hole mal eine... Du musst eine für Robux! Eine für Robux! Boom! Eine 4 Barrel Shotgun! Der hat so nen Mult... Der hat so nen Minigun oder sowas! Oh mein Gott! Au! Nein! Alter! Der hat so ne krasses Shotgun jetzt gerade hier in der Hand! Bro! Ich hänge hier falsch rum im Boden! Ah! Alter! Der hat mir so die Ehre genommen! Alter Junge! Zack! Alter! Oh mein Gott! Was ist das denn hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boom! Nein! Nein! Ich hab grad mir ne coole Dings geholt! Guck was ich gekauft habe! Eine Waffe! Eine Atombombe! Und... Boom! Hey! Sag ich nicht jetzt drauf oder? Boom! Alle gehen drauf! Und jetzt ist meine Waffe weg oder was? Bro! Ich hab so viel Geld bekommen gerade ne? Alter! Wie viel Geld hast du bekommen? Oh! Ich hab gar nichts bekommen! Ha! Au! Ha! 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 Geh weg! Nein! Nein! Ja! Verdammt! Ziel und Schuss! Oh Mann! Ziel und Schuss! Ja! Und das war's mit dir! Ja! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein, dass du so ein Glück hast hast da gerade! Hm! Tja! Da muss man halt mal richtig zielen können! So! Hier! Boom! Oha! Der Arme alter! Oh nein! Oh mein Gott! Ich kann mir hier was neues kaufen! Ey! Ist das laut! So! Warte mal! Oh! So! Ich hab mir hier was neues geholt! Boom! Für als 700 Robux! Der ist liegen gegangen! Wann hast du die gekauft? Was hast du da? Tja! Was hast du da? Eine ganz schön krasse Shotgun! Ja! Was? Auf die Distanz einfach! Das ist... Ich hör mich... Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt, Kollege? Oh mein Gott! Doppelabschuss! Ha! Ich beherrsche diese Insel! Alter! Hier kommt keiner hin! Hier kommt keiner hin! Oh mein Gott! Alter! Die Shotgun ist da wirklich krass! Der holt mich auf die Range! Schade! Ey! Oh mein Gott! Ich hab eine 2er Serie! Hä? Wo fliegt der hin? Was ist das denn hier? 1000 Robux! Boah! Boah! Alter! Was ist das für ein Teil? Boom! Alter! Wo ist es leider ganz hin? Ah! Oh Gott! Jetzt... Nein! Der holt mich! Verdammt! Boom! Ja! Den hab ich auch! Sehr schön! Nein! Hä? Ich wurde geholt direkt? Ja, weil du... Der hat dir das ganze Leben abgezogen, hab ich noch gesehen. Aha! Da hinten bist du... Oh mein Gott! Alter! Der holt dich einfach, obwohl du... Ich hab doppelten Sprung durch. Boom! Zack! Boom! So! Den hab ich... Jetzt mach ich jetzt mal eine Serie hier. Aha! Aha! Sagste! Ja! Rutsch runter! Nein! Rutsch runter da jetzt! Rutsch runter! Rutsch runter! Nein, warum hab ich den nicht holen können? Ah! Ja! Sehr schön! Und jetzt da! Ja! Was hast du hier gekauft? Was hast du hier gekauft? Aua! Gar nicht! Ja, ja! Ja, ja! Ich hab mir gar nichts geholt! Hier mal ganz kurz... Und BOOM! Ja! Schon wieder! Und nochmal, 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 nochmal... Alter! Jaaa! Aber ich hab mich hier nicht gekauft! Von Josef! Mich hat Josef einfach geholt! Josef einfach! Ich hab grad ne Dreier-Serie! Du schaffst es nicht einmal mich zu holen noch! Was hast du für ne Waffe? Die normale Shotgun, wieso? Weil die mich voll weit weg geholt hat! Tja! Da muss man halt mal ein bisschen zählen können! Da muss man halt wie ein Profi spielen! Ahhhh! Zack! Okay, ich glaub ich hab einen geholt, oder? Gott! Nein! Hab ich nicht getroffen! Oh, das wär perfekt gewesen! Boom! Boom! Hey! Warte nochmal! Boom! Komm, Josef! Was willst du, Josef? Eine Fünfer-Serie! Ja, ich hab Josef geholt! Eine Fünfer-Serie! Eine Fünfer-Serie! Hey, wie oft kann ich denn schießen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, warte mal! Ich hab doch... Jaaa! Ich kann zwei gleichzeitig machen! Ich kann Double Pumpka machen! Oh mein Gott! Ich hab auch eine Fünfer-Serie! Nächsten! Sechster-Serie! Nächsten! Okay, man muss das anscheinend! Oh mein Gott! Oh nein! Ey, ich hab grad so ne krasse Serie! Ehrlich? Ja, sechster-Serie schon! Siebener-Serie! Boom! Ich hab eine... Die Serie zerstört! Oh mein Gott! Fuck! Der hat keine Champion! Nein! Der hat mich! Ich hatte ne siebener-Serie! Nein! Ich würd sagen, das war Server-Rekord, oder? Alter, ich krieg den nicht! Der schwingt die ganze Zeit! Nein, nein, ich glaub nicht! Siebener-Serie? War doch schon richtig ehrlich! Zack! Vierer-Serie! Ich brech den jetzt! Ich brech den jetzt! Das probier mal! Ich brech den jetzt! Ich brech den jetzt! Du wirst sehen! Okay! Okay, okay, okay! Und Fünfer-Serie! Nein! Ja! Ich hab dich! Du brichst meinen Rekord nicht! Aber wir beide auf dich gefeuert! Okay, okay! Bam! Au! Aua! Ja, ja! Mann! Ich halte den Server-Rekord! Auf gar keinen Fall! Ey! Wo sind die jetzt hier? Ja, die Geld! Her mit dem Geld! Her damit! Her damit! Ja! Und tschau! Sag mal, also jetzt geh ich nur noch auf dich! Jetzt geh ich nur noch auf dich! Hau mal ab! Hau mal! Ab! Hau mal! Hau mal! Hau mal! Hau mal! Hau mal! Geh weg jetzt! Geh weg jetzt! Wo bist du, Kaspar? Wo bist du, Kaspar? Wo bist du? Komm her! Wo bist du denn, he? Traurig! Wo bist du? Wo bist du? Siehst du mich hier oben? Bam! Ich bin über dir! Alles Gute, kommt von oben! Aaaaah! 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 Nein! Mann, oh! Der hat so gesessen, alter! Der hat so gesessen! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Leute, was war das für ein krasser Server-Rekord? Lasst uns ein Like und ein Abo und ein Abo! Da werdet sich immer betrunken! Und guckt unbedingt ein von diesen beiden Videos! Bis zum Ende! Das lohnt sich und es macht Spaß! Leute, wir sehen uns im nächsten Video! Bis alle und ciao, ciao!